Was ist das, was die Demonstranten vorgegangen sind? Die sind sehr schnell hier in die Innenstadt gekommen und haben dann auch ohne Zögern, soweit wir das beurteilen konnten, die Anti-Mubarak-Demonstranten. Jetzt machen wir das Licht aus, bitte. Entschuldigung, weil wir wurden gerade hier mit einem Laserstrahl angestrahlt und das, denke ich, ist das Risiko zu groß. Dietmar, dann beenden wir diese Schalte jetzt auch an dieser Stelle. Und Sie passen auf sich und Ihre Kollegen bitte gut auf. Dankeschön nach Kairo.